Hinz hat das Podest. So weit brauchen wir jetzt nicht mehr auf Spannung machen. Das schafft Hinz. Die beiden hier, Mecke Reinen und Vira, die kämpfen momentan um Platz 5. Mecke Reinen, ihre Sprintstärke setzt sich da durch gegen die Italienerinnen. Aber für sie brandet jetzt der Jubel auf für Laura Dahlmeier. 20. Weltcup-Sieg. Drittes Podest in dieser Saison. Erster Sieg für Dahlmeier. Im Winter 2018, 2019. Nach dieser langen Krankheitsgeschichte, nach diesen Verletzungen, nach diesen Infekten, kann sie es noch. Sieg, Laura Dahlmeier. Respekt, Anerkennung für die Zweite. Für die Tschechin, für Maketa Davidova. Zweites Podest für Sie in Antols und Vanessa Hinz auch auf dem Podest. Beide. Beide. Beide.